Yo, check das aus, ich bin hier mit Decker, Wisconsin, guter Mann, echt underrated, ein heimlicher Favourite von mir, lowkey Sam Decker. Das Pop-In, wir sind hier in London beim NBA-Game, Washington Wizards gegen New York Knicks, morgen, Shoutout an 2K, ihr wisst ja das Video-Game, NBA 2K, geil. Wir sind beim Training der New York Knicks, mit 2K, drüben ist Timmy Hardaway Jr., ein krasser Scorer in der NBA, ein richtig guter Veteran im Game, hier haben wir Luke Cornett, swish. Luke, dein Lieblings-Favorite-Fast-Food-Restaurant? Mein Lieblings-Fast-Food-Restaurant in den USA? In den USA, in den USA, es ist In-N-Out Burger, das ist der West Coast. Okay, ich fühle dich, das ist toll, danke. Real Rap, No Cap, No Rap Cap, es ist angeblich, es sind ja auch ein paar Scouts, und wenn ich heute mich gut präsentieren kann bei dem Training, dann unterschreibe ich vielleicht bald schon einen 10-Tages-Vertrag mit einem NBA-Team, No Cap. Nach dem Training brauche ich natürlich einen Healthy Sports Drink. Wir sind bei der Klinik und Training mit NBA-Lagenda, Karen Butler und ein NBA-Plainer. Wir sind hella lit, morgen ist das Game, Washington-Lit-Lit-Lit, Shoutout, an NBA 2K. Gang! Wie gesagt, Rigma, drop das Album, die Videos, das ist alles in der Pipeline, das wird super lit, man. Goin' up! Pause! How come every time you come around my London, London Bridge, wanna go down like London, London, London? Wanna go down like London, London, London? Ooh! What time is it? Game time! Ooh! Moneyboy beim NBA-London-Game, präsentiert von NBA 2K19. I had a blast here in London mit NBA 2K, dem nicest Video-Game. Die Washington Wizards haben in letzter Sekunde gewonnen. Das war ein nicest Game. Swag!